Hallo, ich war jetzt schon öfter bei Frau Arzt zur Hypnose, unter anderem wegen Prokrastination, also Aufschieberitis und auch wegen Trauerbewältigung und das habe ich mit der Hypnose wirklich gut meistern können. Die Aufschieberitis während der Hypnose war dann auch, dass ich mir was Lustiges auch vorstellen können, sollen, wo wir dann auch bei der Hypnose wirklich gut gelacht haben, weil es einfach so lustig war. Also bei Hypnose ist es auch so, dass man schon noch da ist, nicht komplett weg, man bekommt alles mit und das ist halt auch das Interessante, aber man spricht nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Unterbewusstsein und das ist das Faszinierende, was dann da eigentlich hochkommt. Ja, also Prokrastination hat mir sehr gut geholfen. Ich bin sehr motiviert jetzt und habe auch nicht die Scheu, neue Dinge aufzugreifen oder in Angriff zu nehmen. Früher war es so, dass ich reingekommen bin und habe gesagt, um Gottes Willen, da muss ich ja jetzt. Und das war mir dann von Anfang an gleich zu viel. Und jetzt ist es so, dass ich reinkomme und habe gesagt, ja, es ist da und es wird jetzt dann in Angriff genommen. Also mit Freude dann auch. Und das haben wir eben so mir eingetriggert. Genau. Und dann das zweite Thema war eben Trauerbewältigung und da hat dann auch das Unterbewusstsein mir eben auch viel helfen können, dass ich dann eben Abschied nehmen kann von meiner geliebten Person und danach dann noch ein bisschen verarbeitet habe und das tut mir auch sehr gut und seitdem fühle ich mich auch leichter. Also Hypnolisieren bringt wirklich was und man kann in vielen Bereichen dazu beitragen, dass es einem besser geht oder dass man eben Themen bewältigen kann.